wer gibt gerne high five live ich weiß ich wollte gerade auf andeuten dass er hier mit verschenkten arm steht und irgendwie schlecht gelaunt ist und ich keine ahnung ab wieso aber ja jedenfalls ja ein willkommen mein name ist die wir begrüßen euch wir begrüßen euch ich begrüße euch zurück zu vor allem 16 wir machen die allerletzte quest die wir noch haben jetzt auch noch zu ende dass die mit hier prinz dion und ja ich weiß nicht ob der nacht an auch schon wieder eine quest kommt oder irgendwie so hat man kann ja immer noch passieren aber das erste scheitert erst mal als gewesen zu sein eine sekunde ist aber weiß die quest ist als einziges noch übrig und ja nachdem die ehrlich ist keine ahnung wenn wir sehen dann haben wir noch ein paar kopfkart jagen die ich noch auswendig machen muss und ja dann sehen wir wie es weiter geht dann sind wir schon so gut wie fertig mit fast allen und könnt schon auf dem weg machen zum zum finalen boss irgendwo wir sind hier gerade im balut irgendwo hier soll auch für kopfgeldjagd seiden aber ich habe mir natürlich jetzt nicht gemerkt wo das hätte ich dann noch die augen aufhalten können ja jetzt mal weiter wir machen weil es hat überhaupt zwei mal überflutet violette blumen neben einem wasserfall wir sollten in sorge fallen weil man zähne gewirrn hätte blumen was hat sich dass wir gegen den weibern kräftig kämpfen ja guck mal hier boah jetzt auch von clay dämlich ist stück herunter da kommen wir spieler geht aber das war jetzt mal hier neues ausgutungsgegenstand und so hergestellt ich dachte ich habe die fahrt ich zeige die geht so leicht runter internet ein bisschen verschwenderisch soll das immer wieder hochgeladen ich bin keine leistung aber den er krieg ich und der laser so vielleicht mal andere andere hier in phoenix die ausrüsten aber ich finde die angewiesen sturmangriff und das sturmangriff ist perfekt hierfür normale gegner mit den einen angriff kann ich ja magie absorbieren das auch klasse vielleicht nehme ich besser gleich mehrere netz sagte er werden erneinung mitnimmt ja warum gehe ich eigentlich auf einen schock oder auf zu apokrates euch gehen alles klar du dich hier gut da war relativ chillig ich wäre überrascht wenn das alles wäre ich meine das war die quest doch für den quest heißt wortwörtlich eines prinzen weg hat der prinz ist weg und machen wir ihn jetzt der bau oder doch er wollte uns doch seine flüge allein daher ich habe deine blumen so sein mund auf und hier sind sie wirklich ich glaube schon bilderweinwand sagen also die heißen wir waren weint uns auf der namenskarte ich mal für den blumen drauf gucken klar tatsächlich um sicher zu gehen eine davon wolltet ihr die uns schenken oder soll ich ihn holen gehen ich will euch nicht ich bin gleich wieder da okay warum so freundlich sein müssen wieder wie lange wie weit hat schon wieder weg ist da ich überhaupt für die waffe gerade ausgerüstet ist ein verteidiger oder blöd hat hier so eine normale waffe ab und statt hier irgendwie so eine selbst geschmierte ultimative waffe oder irgendwie sowas eure hoheit darf ich euch bitten mich zu begleiten jetzt ist es soweit nein nur ins archiv unser historiker will euch sprechen meister hapokrates nein ich kann ihm nicht unter die augen treten nach allem was ich getan habe ich habe ich möchte sagen ich bin den ganzen weg umsonst gelaufen so viel zerstört weil ich schwach war ich habe geschworen nicht meiner eigenen schuld zu stellen doch ich fürchte seinen blick mein spiegelbild in seinen augen das was aus mir geworden ist dann solltet ihr erst recht zu ihm redet mit ihm beweist euch selbst und ihm wie stark ihr wirklich seid ihr habt recht zumindest schulde ich ihm wohl ein wort des dankes also gut führt mich zu ihm folgt mir das war ja im werfen gestöhne sogar jetzt zögere ich ihn anzusprechen was muss er von mir denken fragt ihn das selbst meister hapokrates ich bitte um vergebung dass ich meinen studien damals den rücken gekehrt habe eure lesungen waren der schlüssel zu einer welt die anders war als alles was das behütete leben im palast mich gelehrt hatte ihr habt mir meinen weg gewiesen ich werde euch ewig danken es gibt nichts zu entschuldigen hoheit ihr wart noch jung und hatte deinen vormund dass ihr hier vor mir steht zeigt was für ein mann aus euch geworden ist nun würde ich euch gern etwas zeigen ist das ein weiwanzahn was für eine ungewohnte farbe dies ist ein wilder oiwanzahn die rauen gefilde die sie beheimaten verleihen dieser art ihre besondere färbung im wuchs entspricht sie ihren gezüchteten artgenossen doch in der blüte zeigt sich wie anders sie sind in dieser blume sehe ich euch eure hoheit ihre wurzeln wie die aller weiwanzähne sind voller gift doch was sie ausmacht ist ihre eigene eigenwillige schönheit nehmt diese blume auf dass sie euch immer daran erinnert meister hapokrates gewährt mir eine bitte behaltet sie bis ich meiner pflicht genügen konnte erst dann werde ich ihrer würdig sein wie ihr wünscht hoheit ich werde euch so lang hier erwarten sie da gar keine todesflaggen gerade unsere wurzeln machen uns nicht aus kein wunder dass eure mutter nicht mochte das ist für euch dafür dass ihr mir den rücken gestärkt hat ich werde es nicht vergessen ok ende gut alles gut danke gleich jetzt gibt mir high five ohne euch hätte ich mich vielleicht nie zu diesem gespräch überwunden die wyvern zähne pflanze ich ein besser gesagt ihre samen ich darf seine hoheit nicht enttäuschen wenn er zurückkehrt hoffen wir die erde hier entspricht ihren vorlieben diese blumen blühen selbst in erhöhten es von valut da wird nigels garten ihnen sicher zu sagen um tiefen dank ausdruck zu verleihen sind worte oftmals nicht da mache es mit geld hier zwei sachen bekommen die ich mal sehen kann stolas feder genauer gesagt meine stolas feder du sagst so dass eine eule so heißt wenn wir die rollen genau ist was sie je erlebt in ihren federn sie stecken voller geschichten die zu papier gebracht werden wollen schreibt man mit diesem fehler möge sie euch eine hilfe sein eines tages wenn ihr in einem sessel sitzt und eure memoiren schreibt dann hoffe ich dass sie sich eine menge merken kann danke apokrates sie ist ein wahres schmuckstöck ich finde ich finde ich eigentlich letztes mal machen können so 11.000 stolas feder warm uns genau ok das funktioniert natürlich auch so aber wir fehlen wenn ich mich nicht erinnert noch immer nur so zwei oder drei sachen in mein zimmer nur trophy oder so ist auch nicht aufgeploppt bisher also nicht vielleicht sind da draußen irgendwo einige quest ne aber zwei sachen fehlen nämlich noch vielleicht gehe ich die lauf der story also nicht also nicht ich sage diese ordnenden märchen da ist ja man fasst meine merchandise sagen wir ja nicht weg bin ok cool ähm sorg fest sind wir jetzt bedient ne hier ist nochmal extra checken bei dem einen typen bei dem bei dem surfer dort bei dem hey hey ob der irgendwo noch quest irgendwie sagt dieser sagt ja nochmal so ist auch noch so mal nebenland habe ich so ein gerücht gehörter soll irgendwo quest sein alles gut bei dir ich glaube bei dem ist auch nichts dabei keine aufträge keine aufträge keine aufträge gut da machen wir uns auf und knechten mal einige von diesen diesen kopf galt hier jagten hier so ich habe noch gesehen ich habe zwei arangen dinger die machen wir natürlich ne kaputier in sambrick und gar nicht involviert gar nicht war die heulende todeswehe und der sensen man spooki scary ok macht dann vielleicht einen schnitt und dann schalte ich euch rein sobald die gefunden habe weil er sonst dort hat wieder ein bisschen zeit und keine ahnung ich will natürlich hier doch ich will so viel wie möglich noch einpacken ne die ganzen esdinger die werde ich wahrscheinlich jedoch mal schauen also ich sehe euch da wenn ich eins von denen gefunden habe so bis gleich so ein schnitt hätte ich mir eigentlich sparen können weil das 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 ist glaube ich nicht da also gar nichts hier ne und und ich habe gedacht es wäre ein bisschen auf dem sicht ich natürlich ist bestimmt hier drin aber dann sehe ich hier noch so etwas dickes ne was ist dann lauf wie der wind ist das wie ich die tors fehlt ich sehe keinen hp weiten vor dem dingen stimmt so ein essrank monster ne gott das mädchen ich bin wahrscheinlich gegen den s-rank monster zuerst ne aber noch ein b-mort sicher jetzt erst bm auf ein verlor alles klar ok machen wir erstmal den kaputt nehme ich an oh man oh man ah oh gott zu brühe auch wir haben jetzt auch noch bleibt da sind spendabel mit dem genannten wir sollten dann ausweichen das wäre das gesicht ins gesicht ist wichtig muss dann ja natürlich lange gehen ich könnte nicht einfach Ich hätte nicht einfach dran vorbeilaufen können, ne? Da steht doch gerade B-Mod König, sehe ich gerade. Äh, Joshua, geh mal da weg am besten, ne? Sorry, Joshua. Ah, ich habe gar nicht gesehen, dass der auf mich zugehört kam. Ah, auf. Ich habe die Meteoriten einzusacken, bestimmt, ne? Ich bin schon wieder. Nein. Ich habe gedacht, wenn ich das so richtig abteile, mal lang. Nein. Heute war ich hier. Ins Gesicht. No, Gott, da kommt gleich auf mich zu. Aber, da habe ich mir schlagen, was weiß ich nicht. Fertig, hab dich schon wieder nicht. Gott. Na. Ja, ich muss definitiv vielleicht noch mal Heiztränke und so, in dem Land, ne? Man, sie sich hat so zeitverzürzte Angriff, ne? Diese B-Mod, ey. Ich kriege dann einfach nicht hin, Mann. Er ist alles so ein bisschen zeitverzürzt, oder was er macht. Ja. Ich habe jetzt gesichert, ich habe jetzt gesichert, ich habe jetzt gesichert. Ich habe jetzt gesichert. Ich habe jetzt ganz knapp hier noch geschaffen, ey. So, dann noch den hier. Boah, Gesicht. Er hat gesehen. Dann noch den hier. Ich habe jetzt noch die FDW. Ich habe jetzt noch relativ viel Schaden. So, Gott, weiß das. Oh, Gott. Oh, nein, bitte setz dich alle Druckwellen ein. Oh, Mann. Ja, wie soll ich denn ausweichen? Ich weiß es nicht. Nein. Weiß nicht. Ja. Ich habe jetzt noch ein Ding. Oh, oh. Ja, ich habe jetzt noch ein Ding. Ja, ich habe jetzt noch ein Ding. Ja. ja ich weiß nicht wie ich den aufweichen soll den angriff genau die beschissenen angebildet ja auch im links hat den monster unter ja es gibt es gibt immer so ein cola da konnte ich übrigens nie besiegen er hat so nervig ist er kann man sich mal nicht ich komme direkt auf dich zu ja dort ist auch voll umfälle gewesen im monster hatte ich hatte irgendwie 30 minuten zeit normalerweise hat man immer so 50 minuten zeit für die monster aber nicht bei dem er da muss den 30 minuten erledigt er hat so mechanik irgendwie gab es die irgendwie weil ich so auf multiplayer ausgelegt und ich habe das spiel solo gespielt also ich hatte wie ich mich hier liegt wenn wir mal jetzt haut ausgerannt ist nein ich habe ich trotzdem oder da sehr gut war jetzt so gut oder da hat immer noch eine ganze apokalypse genau ich finde ich finde diesen ultimativen angebild chilliger ausweichen hat er hat stehen seine normale angefahren vor Gott habe wie viel riesigen schackeln am boden gesehen da kommt auch dazu gar nein warum er muss jetzt hier ist ein bisschen schaden herausfragen wird immer diesen angriff nicht noch mal wieder riesen schatten war nur so grusel aber das tut ich habe schon wieder nicht richtig noch mehr und stecken in seiner angehöhung sind also zeitverzöger ich krieg die krise nein 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 habe ich meine leider nicht so macht er sich selber trifft damit ja 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 gott ja jetzt ein steins gesicht und du bist weg kommt da das war von weg ja wo ich dich zu gefahr oder in der kopf gewandt oh mein gott warum ich jetzt in diesen kampf eingegangen behemot fessel und urich all kommen cool kein vergleich zu dir tag ein kleid muss er echt jedes mal sein hier ist mal irgend so ein bescheuerten satz nach so ich gehe mal kurz ins versteck und heimlich hoch und so ich habe ja mit auch genug punkte um ihr die letzte belohnen abzuhören ich muss natürlich erst mal dieses wie ich hier an tasten der anstatt hier sind aran gegner zu erledigen und platziert ihn doch nicht vor meiner nase ich glaube ich kann mir jetzt das letzte belohnen die abholen aber ich glaube ich auch nicht nur für nicht sein kleid haa spender nehmen es ist ein relikt der gefallenen noten rollte sale verbinden sie ist ok ok ich weiß ich werde es natürlich sowieso nicht ausrüsten weil ich wieder ja immer noch meine erfahrungspunkte dinge und so alle ausrüstig ist aber eigentlich hier mit richten dem verrichteten schaden eigentlich sind das ja ist vor dieses spotting an den ganzen steinort fesseln da habe ich gerade bekommen dadurch gerade bekommen hat nee so ich sehe es ja gar nicht ist irgendwas in mein zimmer als welcher zu oder so nicht mehr finden mit regelgurt da warte mein zimmer da wird vielleicht noch sinn machen ich würde nämlich raten dass das ist da war wir schon ein sehr schwierigsten monster dieses spiel ich bin auch nicht damit 50 man das hat nicht kommt zurück man schaust du mir hat dann aber jetzt hätte mir die sachen nicht so warum musst du mir im brief schreiben mein gott mit dem wie die handys hier der welt ist auch nicht hierfür weil das sind natürlich möchte ich da gerade bekommen habe ich nicht irgendwie so was neu ist irgendwie so ein neues tap und wieso das ist gerade bekommen soll da habe ich gerade bekommen hier kann für geld verkauft werden dunkelstahl dann ist die ultimatische belohnen die ich für diesen rom ja bekomme wenn man wollte ich verkaufen können für den schnöden ist das mit dem himmel jetzt dieser kristall war ich immer neues hier erstellen dann schauen wir uns mal neue musikstücke an und dann gehen wir direkt zum nächsten ding das hier als der boss kampf themen glaubt schnell so wenn nämlich mal kurz entschuldigt ich werde jetzt hier wieder zu meinen meinen üblichen heiltrank fahrmord gehen und mir meine heiltränke zurückholen bevor wir in die nächste kopfgeldjagd reingehen die wir eigentlich reingehen wollten und ja dann können wir weiter ein paar monster jagen jetzt hier rein macht den hier und da mache ich noch ungefähr nur noch sechs mal ok also ja bis gleich so war direkt anzureden da kommt schon direkt die monster wir sind hier in der kaiserau und warum wir jetzt hier sind näher anstatt hier zu den anderen ort hier überloh wo wir eigentlich hin wollten ich habe mir einfach den mal den ort hier markiert einfach nur mich hat leicht ich wieder vergessen nach dem kampf und zwar ja gar nicht kann ich mir merken den wahlhof und hier soll auch ein fies sein deswegen habe ich mir jetzt hier mal markiert ne habe ich gesagt kommt gehen wir direkt da in der eine habe ich mir gemerkt seine weiße sport ist einfach gestatten hier deswegen wir direkt hier ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig das hat ja final fancy 15 die ganzen wo die anderen hauptcharaktere mich immer überholen ich war nicht zum kotzen bereits auf dem schokobol dann seine ganzen kollegen die reiten immer vor dir ist ich bin der star ja hallo kann mich nicht die ganze zeit hier wohl mit sap und geräusch ich habe übrigens meine tank wieder aufgefüllt und wir suchen jetzt hier den sensen mann so soll irgendwie hey da sind neue blumen gewesen natürlich ist hier noch ein trank gewesen wir kämpfen gegen den sensen mann mal schauen und das ist ne jemals ist hier bei den blumen oder da ich weiß ich weiß ja nicht genau wo das ist ne wenn ich meinen da ein soll irgendwo hier in der nähe sein jemand vielleicht dann jetzt da lang das ist ja kein teleporten gibt es doch nicht so ich prophezei dass dieser kampf einfacher sein wird als der bm auf könig gerade na hinten sehe ich was bist du der sensen mann aber der typ hat bestimmt gleich todesangst was wirst du jetzt so sagen gleich prinz des todes ja bis gleich der prinz der tod sein wird ich habe noch ladungen ok ich habe mich da mit dem ausweichen hier nicht mehr hinkriegt aber auch wieder mich ja gleich erledigt wer war doch ich krieg dem bm und hier beim ersten mal kaputt und dann kommt der hier schwächer sein sollte ich mache mich fertig ne ich mache mich fertig ne warum kann man nicht anwesend dieses spiel das war ja ein stück ich brauche dir gleich nein das war das ding auf mich gebrauchen wir da doch mal den ja ich dachte da kommen einige leute irgendwie auch zugerannt geht ein ap walten los das hat so komisch aus irgendwie das war ja das war ja das war ja da gemacht auch damit in den schritt in den schritt ja ich muss das auf hee 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 so du bist am tot ob du kannst du tot ist du bist der tot der lebt noch das gibt's nicht da wollen wir nochmal sehen ob du noch lebst aber auch immer du bist nicht fertig treffen du bist schon längst tot okay cool so muss dann dunkelstahl ist das denn so gefällt mir fehlt mir irgendwie weiß ich nicht so ein rezept oder so welche sachen noch kriege so wir gehen direkt erst mal gehe ich zum versteck zurück geht zum versteck zurück mich zu heilen und ja die musik ist sehr voll episch ich bin dafür ungewohnt allerdings die kampfmusik für die es war wenn man ja gegen die es war leute der die eben und diesen irgendwie die die dominos wenn man gegen die kämpfte startiert kampfthema ich bin übrigens aufgefallen nachdem ich eine weile lang mehr angehört habe ich habe vielleicht einen super tank einsetzen sollen hier ist meine farm rote für heiltränke da habe ich jetzt schon mal ist nur ein jetzt schon reichen soll jetzt müssen wir noch ein ball lot das ist nicht mal lot hier ist mal lot mein gott und zwar hier soll einer doch sein da sind wir gerade auch schon gesagt man ich will aber eine markierung dahin setzen das will ich tun so und das ist der letzte rang letzte an kopfgeld jagd vielleicht mal eine markierung hinsetzen da war es auch immer da sein da jetzt kann er nicht schlimmer als der bort sein der bort könig entschuldigung also diese ganzen orte wo wir immer diese quests gemacht haben letzten drei so werde was du was glaube ich da war vorhin der tod ist eigentlich jetzt kommt hier so eine fehlende todes fee oder so ist das glaube ich ne dieser maluk hallo du bist doch hier von garoda oder meine fränzschwestern da wollte ich nicht machen ich krieg da mit dem ausweichen nicht hin an ich hab's verlernen einfach ich krieg einfach nichts ausgeblich hier das gibt's nicht mal na ich hab's natürlich aufgehört zu schießen ist klar da war mal hier ja da ich hab's da ist die schon wieder auswischen kann man ja okay weil ich da gemacht bin ich ausgewichen oder so ich habe noch einmal ins gericht was die erste die ich erledigt habe du hast auch keine chance da ist noch den hier und dann noch den hier aber die danach wieder ja egal dass trotzdem stehen zuerst noch mal auf ja Komm her, komm her, komm her. Ich tue mich einfach bewegen. Ich tue einfach im Kreislaufen. Komm her. Schon wieder ausgeschnackt, das gibt es nicht. So, jetzt den hier. Du, 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 du. Wenn ich den absobiere. Aber jedes Mal habe ich dich getroffen, sehr gut. Ich tue nicht ins Gesicht, ins Gesicht, ins Gesicht. Ich habe so einen Disrespect angegriffen, ey. Ich liebe es. Ich muss doch, kommst nochmal auf mich zu. Also noch einmal, du bist weg. Bei der Kamera, ey. Boah. Ich hätte mir gedacht, ne. Als Gesicht geboxt. Soll ich doch nicht ja verwandeln, ja, ja, gel, sehr gut. Mal so ankommen. Schau mal. Berüchtigte Gefahr erledigt. Okay, schön. Getrübtes Auge schon wieder. so das war die letzte mission jetzt wird es ein bisschen schwieriger glaube ich nähe jetzt wahrscheinlich nur noch wie ich habe wie jetzt bräuchte nur ein ein trip hier zum dämmerwald machen jetzt aber nur noch erst an missionen übrig einen haben wir ja schon gesehen es war rock level 50 ich habe es nicht auf was welches level der bmordkönig nummer war ich mir vielleicht mal anschauen guck mal gleich noch meine aufnahme an aber es auch immer wir jetzt hier bekämpfen wahrscheinlich ebenso stark sein ich glaube zwar war immer noch irgendwie hat wie ich mit der höchsten belohnung von daher wird das wahrscheinlich das schwierigste viel sein aber wir sind ja also früh schon zur verfügung hier kommen wir 40.000 bekommen wir von denen hier kriegen wir 27.000 weil das hat einzige noch übrig ist nur da wo ist der bmord bmordkönig mal kurz reden 27.000 weil er hat steht noch bmord ist genauso stark wie datiert der zerstörer der welten ich bin als zerstörer des bösens ist natürlich ist immer noch stärkste von allen mann wo sind ja auch aber ich warte mal in diesen eigenen gebiet glaube ich nehme ich an gute frage wo ist da viel wenn man ganz einfach herausfinden eigentlich mal und zwar hier abgeschlossen die aktie in der region da muss eigentlich da kann eigentlich nur da sein das hat sich erst seit kurzem aufgemacht und das ist eine insel genau er kann eigentlich nur da unten sein dieses gebiet hat sich aufgetan hat in der mann höhe er möchte gleich mal einen trip hin und ja dann sehe ich euch gleich weil es ja nicht da ist dann ja schneide ich euch weg keine ahnung werde ich die epische musik an das sieht verdächtig aus online atlas gefunden so dass ich war tatsächlich nicht hier unten ich bin mir als erstes hingegangen habe natürlich nicht gefunden aber wenn ich hier erst bei dem weg hier ist runter gegangen bin hier hingegangen und dann war ich hingegangen und ja wir haben natürlich gefunden und da ist der boss ging immer erkämpft mit 45 dieses hier scheint aber doch noch recht lebendig zu sehr der bm auf 2 level 47 habe ich gesehen deswegen müsstest du eigentlich einfach aber mache ich auch noch mein stadt erzugen wird auch wieder so zwei kathäfte angehört aber ich habe sogar noch etwas hoffen sehr gut zu spät zu lang sein der faktor seine feuer sein feuer schmerz weg wenn er das verboten abgüttet hat sehr wohl weiß nicht ich weiß er sich aber wieder so ich war einfach den ja nein der fall den schritt geboxt mal also zeigen die gleiche ist also verzögert jetzt gibt es einfach nicht komm ich bin bereit ins gesicht hatte wieder abend zurück zum absender naja das hatte aber ich muss nicht sehen wo ich hin muss so das gewicht ja nein und Dahlia hier und den jahr und hier 70.000 schaden das ist mal eine menge es geht ja wahrscheinlich erst mal wieder voll gestartet durch welche in der blastzone freundlich ab daneben den wegen gesehen ich habe eine kleine versatte für feuerflugel ich sie von dir das war nein zu früh ich war ich gemerkt muss sagen muss irgendwo da oben hingeschossen gesehen nein du sag ich kann auch noch so ähnliches mal über den ja so haha besser wir gar nicht ich kann jeden eins entschütten nur macht und jetzt kommt der riesenlaser das verdient doch jetzt bestimmten level ab oder kommen also viel geld nein ich habe kein level abbekommen will ziemlich offen nehmen ganz nochmal ein boss erledigen ohne sowas abzulassen 1392 ich habe mir jetzt noch ein level ab und dann müssen wir uns nur noch er hat nur sechs minuten gehabt wenn wir so ungefähr 16 minuten so eingeplant für so eine stunde er kommt her von 1000 gegen sein stelle ich mal vor wenn ich hier reingehen würde mit vernünftiger ausrüstung und sonne keine kreis aufladen und dann in dem nächsten kampf eingehen gegen den kleinere gegner kämpfen sind einfacher jeder schnell erfahrungspunkt habe ich auch für ich habe ich da hinten den goblenack so ein bisschen noch so ein bisschen erfahrungspunkte noch dann können wir den letzten die letzte kopfkontage auch noch erledigen wenn wir auch noch schaffen oder wenn ich perfekt dann nennen wir alles nicht erledigt bis auf den finalen bots nämlich an aber da kommt noch irgendwie wort keine ahnung ich bin immer nicht ich möchte nicht in diese dicken dinger hier einlaufen das macht feuer ich schon weiter geflogen ist der freier stark stufe kohle 3000 hp das war gut dann gehe ich zurück zum versteck heimlich mal check mal aus wie dieser wieder neue lied hier heißt nicht mehr geholt hat in nordstedt man auch in der part ein bisschen länger sein wird gehen wir mal und machen die letzte kopfgeld ja wir wissen ja wo die ist ne war schon mal versucht und sind drauf gegangen kann meinem händler gekauft werden wo ja irgendwo na verdammt ich hab's gerade gesehen das war nicht richtig das war der warte meinen daten ist hoch war glaube ich in darkness hoch war glaube ich jetzt finden könnte so noch ein bisschen musik also passiv hat sie noch nicht hier so keine ahnung wo die letzten boden wollen sind ich bin eigentlich jede stadt hier abgestreift aber okay gut dann sehe ich euch wenn wir uns ja um den einen kollegen kann man die man schon mal versucht hatten das war irgendwie 20 level unterleveld waren wir so eine machen wir hat jetzt abläuft ne also bis gleich so lange ist es her als wir hier gewesen sind wir haben das ding immer noch hier markiert auf der karte und ja wir haben es einmal versuch sind übelst verreckt weil natürlich voll stark aber als wir aber jetzt sind wir stark dafür ich war glaube ich glaube 50 wir sind damit 49 ich glaube unsere chancen sind ziemlich gut ne vielleicht habe ich meine ausdrückung so ein bisschen ändern ne habe ich vielleicht eine bessere chance habe aber ne wird schon klappen irgendwie so so mal ja da hinten ist auch schon so ein dickes ding stimmt hier der optionale super boss in diesem spiel ne pass auf ok kommen ja ich kriegen wir auch noch braves mädchen weil es gar nicht angekündigt wenn ich schon mal angesprochen haben mehr oder weniger oh man oh man ja wohl aber die hätte ich auch schon für absorbieren können wir haben sie so langsame weg gerade jetzt wo ich dann geswitcht bin zu dem angeblich er hat so irgendwie so ein story boss ne so wenig war wieder viel schnell und dann kann ich mich nicht mehr erinnern das war die immer machen ich glaube diese anspielen schon wird es normale gemacht naja aber ich habe mir irgendwie als der von hunkkei star hier ist andere miljo game das kann spiele das kleine mädchen die irgendwie so ein roboter kollegen hat und der haut hat kollegen beschützt sie im kampf jetzt mal wenn da irgendwie weiter ich finde sie ihre ultimate einsetzt dann sagt die tasche ist dann kontert der wir jetzt mal wird sie angegriffen werden damit deswegen mag ich die ganze zeit das ist ein schwert weg wenn man ich werde wahrscheinlich freuen aber dazu sagen aber bis jetzt ist ja noch natürlich macht man dicke schaden aber das ist nicht so viel schwieriger als hier beim ort oder sondern aber schauen ob ich das bereuen weil es kommt ja auch mit so weit zu weit das sagen das ist ja sowieso nicht hin ja ich wusste jetzt hier direkt irgendwie wenn wir komme ich ja mehr mit fernen angriffen voran als andere und da kommen wir ja auch bekommen wir ja auch bekommen wir ja auch stück hat mein haupt noch war gerade am stehen bleiben ich traue dem braten nicht lasse ich mal kurz meine aufnahme hier kurz weiter geht es keine ahnung wenn die aufgabe so am hängen ist dann bin ich immer nervös nein nein das hat ganze dinge und wie weg und dann steht da ich noch mal gott sich anstellt hat also in ordnung war aber weiter und in den typen in den internen ganz gewinnig so gut wie er war ja gut es vermerkt hat jetzt immer sofort war ich auf den mann pc bildschirm jetzt immer spiele normalerweise kuchen auf meinen meinen konsolen bildschirm auf meinem fernsehbildschirm dann ist ja irgendwie vor spät als mitbekommen jetzt noch mal den jahr drachen tanz nein er hat sein angebung seine geschwindigkeit habe ich gefangen war schmelz diegel mal gesehen da habe ich nicht gesehen so hat man zurück zu torga hier wechseln in seiner heilung bin ich sowieso nicht fertig kontern nein nein habe ich zweiter ein gewinnt ab er hat die alten bach unter warum er sagen kann ich auch vollsten denken oder noch ein aber ich habe gesehen wie die lade zeit von den dingen so schnell irgendwie wieder hochgehen aus irgendein grund das zeigt den nächsten gesnackt die anderen weggeblasen da geht aber noch wenn ich jetzt ganz ehrlich bin ich weiter werde ich jetzt hier wieder voll bereuen gleich zu sagen aber jetzt läuft es doch so spreche ich dann weiß denn ich habe mich jetzt hier auf den 20 minütigen kampf oder so eingestellt aber schon gleich weg jetzt stellt man vor ich will noch besser ausrüstung tragen ja nur aufs gesicht exklusiv aufs gesicht 88.000 da kommt jetzt letzter kann man macht so was machst du die welt ein snacken weinheit mit dem musiker wenn es da drin bin ich sehe einfach los ist gerade dann wird das schon irgendwas gemacht zwar war ein letzter kanzler heißt da kommt jetzt nicht noch mal so einer oder oder die höhe ein wenig soll sein auch ja auch jetzt noch kaputt ist klar wir haben gesagt macht jetzt nicht schon wieder deinen letzten tanze wenn ein angekündiger gelogen erlässt da kann es ja das mit dem letzten stahl wir sollen kommen wir ja wir sollen kommen wir ja aber noch keiner sieht man konnte da war ich noch nicht das gleich weg war der weg schön jägermeister schön das heißt ich glaube wir haben jetzt alle kopfgeldjagd riechen riechel kommen hier liegt der gefallenen bernstein absolut nicht zu spaßen ehrlich weißt du wie lange ist es seit wir diesen kampf begonnen haben da wir ihn dann erst mal gesehen haben meinte ich kann mich doch keine erinnerung hat du damals gesagt hast ok cool gibt es ja noch irgendwie was waren wir überhaupt schon mal hier so zum erkunden ich glaube ich habe eine trophy bekommen ich da das ein gutes zeichen dafür dass wir alle jagden abgeschlossen haben die trophy ist jägermeister also ja das ist ein gutes zeichen dafür alles erlegt habe glaube ich cool aber auch etwas enttäuschend das heißt wir sind schon fertig hier mit denen aus jetzt kommt eigentlich eure finale boss cool schön denn 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 den dating jemandem so haben wir mal quests erledigt na ja wir haben wir haben immer noch nicht alle sachen hier in kleiffes zimmer ich weiß nicht haben wir die bekommen vielleicht mit zwei spiel durchspielen also ich weiß es nicht nicht reden die aber ich reden na gut dann ja so viele sachen irgendwie ja bekommen so in sachen ins in sachen apokrates ich habe schon jetzt ein ding jetzt auch vervollständig ich habe jetzt alle monster und so gesehen alle quester ich kann auch bestimmt sein dinge vervollständigen pass auf dann gibt es mir noch ein paar notenrollen mir fehlen keine ahnung mir fehlen nur so ein paar kleinigkeiten ja um alles zu holen irgendwie so ich begrüße euch mein freund irgendwann noch nicht dass ihr dieses kapitel schon gelesen habt wenn ihr eine frage habt werde ich sie gern beantworten weil fehlt er noch person wunder der welt weit 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 ist ja auch alles schon diese fücher sind so gruselig ausnahmen sieht aus wie sie mit folgen gleichen ist ja wo dieses kind irgendwie mit diesen und funktioniert worden ist mir immer willkommen klar hahnolt glaube ich der baum als den namen für eine hunde braucht ok keine ahnung also wir haben alles erledigt das heißt ich nehme an das nächste mal geht es dann in dem finalen kampf außer ich finde hier noch irgendwie war aber ich schaue mich jetzt nicht wirklich hier so um ich nicht weiß weil ich mich ja noch umschauen soll das heißt wir gehen in den finalen kampf und dann sehen wir ja vielleicht noch danach neugierig war ich weiß es nicht mal mal schauen hier fehlen uns auch noch einige sachen ich nehme an die kriegen wir wenn wir als spiel durchspielen die letzten informationen auch ich weiß es nicht aber gut heute sind wir fertig dann sage ich danke für zuschauen beim nächsten mal geht es dann weiter zum ursprung zu ursprung wo wir uns und mal anstellen gut ich hoffe ihr freut euch ich freue mich auf jeden fall und wir sehen uns dann in der nächsten rauf und Vielen Dank.